und das gibt es noch mal für um ich sollte erst mal am Land drehen mal wiegen so also Long Range da Was ein Low-Focus gemacht hat. Ganz ehrlich, unter was er nicht geht. Nein, der geht unter was er nicht, oder? Boah, wie ärgerlich. Aber was ist das für komische Luftflöcher? Oh, das war's doch verdammt. Oh. Woll. Okay, der geht wohl nicht unter Wasser. Na, ganz schön. Ich könnte mir natürlich eine Turtle oder eine Query holen. Ja, eine Turtle. Aber das habe ich ja genug. Hm. Ich überlege gerade. Ob ich einfach excavate machen soll, oder nicht. Also, excavate oder irgendein Programm schreiben, dass die im Kreis fahren. Die sind ja gar nicht richtig geordnet. So. Ähm. Eine reicht doch nicht dazu. Ähm. So. Mal überlegen. Warte mal. Radius war 32 Blöcke, oder? Ich stelle ihn mal hier hin. Edit. Und. Mantis. So. Ganz toller Name. Ähm. Okay. Mal überlegen. Was einem nicht besonders leicht wird. Wenn man die ganze Zeit versucht, auch nur zu reden. Hohohoho. Ähm. Mal überlegen. Sagen wir erstmal. Nein. Ähm. Ähm. Ja. Nein. Das werde ich zwar nicht brauchen. Aber wenn ich mir das jetzt erstmal nennen kann. Okay. Dann habe ich den gerade. Das heißt. Y. Okay. Oh. Mh. Kann ich den Befehl? Frag ich mich gerade. Und. Ich teste jetzt erstmal eins nach dem anderen, ich habe es nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm... So. Ähm, das jetzt muss man aufsessen. Ähm... Atlantis noch aus. Aha. Okay, also ist irgendwas... Ich glaube ich mache das jetzt erstmal, ähm, offscreen, weil ich mache das lieber in, äh, ich schreibe das lieber mit Notepad, da ist das Übersichtliche, finde ich. Also mache ich den Cut, schreibe das Programm und dann, äh, ja, dann komme ich wieder und zeige euch das. So, vom Prinzip her ist das zumindest der Fall. Ähm, ja, dann gehe ich jetzt erstmal, oder bleibe ich hier. Okay, also, bis gleich. Vielleicht ist hier dann auch ein Neufahrtbeweis. Also, ne, bis gleich. So, bin wieder da. Hab das gerade mal gemacht. Gerade mal ist gut. Auf der Weile gedauert. Besonders, weil ich erst noch vor hatte, das zu testen, habe ich hier aber dann doch gelassen, weil das dann doch etwas zu lange gedauert hätte. Ich stelle den jetzt die Tatel nur auf. Zeige noch kurz, was ich da habe. Ich habe es vielleicht etwas zu kompliziert gemacht, ich gebe es zu. Äh, ja. Das hatte ich hier nicht echt. Muss man zwar nicht, aber dann ist das mögliche. Ähm. Also. Hier ist immer die Abbau-Funktion. Dann ist hier sowas. Damit er das halt so macht, wie es werden soll. Äh. Ich habe keine Ahnung, ich bin schlecht im Erklär. Egal. Und. Allerdings ist es jetzt nicht rund, sondern eher so eckig, weil rund etwas zu lange gedauert hätte. Und das wird jetzt auch ziemlich lange dauern, bis Turtle das fertig hat, nehme ich mal an. Und dann schaue ich mal weiter. Und dann nehme ich es dann wahrscheinlich später nochmal auf, wenn es hier fertig ist. Bis gleich!